Ich wünsche mir ein Bremen ohne geschlechtsbezogene Gewalt, aber mit gleichen Rechten und guten Zukunftsaussichten für alle Mädchen und queeren Menschen. Ich bin Maja Tegeler, queer- und gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Bremischen Bürgerschaft. Dies ist eins von mehreren Häusern in Bremen, die sehr wertvolle Arbeit leisten bei der Unterstützung und Stärkung von jungen Frauen und queeren Menschen. Es gibt zum Beispiel Empowerment-Angebote mit dem Ziel der Stärkung von jungen Frauen und queeren Menschen. Es gibt Projekte im Bereich Gewaltschutz, Vendô beispielsweise. Es gibt aber auch viele kreative Angebote oder einfach gemeinsam kochen oder offene Mädchentreffs. Ich glaube, wir müssen die Einrichtungen in Bremen selber mit aller Kraft unterstützen und ihnen unsere Solidarität entgegenbringen. Wir sind bei der Gleichstellung der Geschlechter und auch zum Beispiel im Bereich Gewaltschutz für Frauen und queere Menschen ein gutes Stück vorangekommen in den letzten vier Jahren. Es hat aber noch total viel zu tun. Deswegen, liebe junge Frauen, liebe Queeres, geht am 14. Mai wählen und macht euer Kreuz für den Einsatz für mehr Gendergerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.